So, Freunde der geflickten Unterhaltung. Ja, das sagte mal der Kollege der Boss. Nein, ich hab hier etwas Neues. Auch da ich zur Zeit kein Renderprogramm hab, um das, was ich schon habe, zu schneiden, nehm ich was auf, in der Hoffnung, dass ich heute mit meinem besten Freund ein Renderprogramm finde und ich endlich mal meinen Survival Instinct rendern kann und mit Outlast, dem Wissenblauer DC, anfangen kann, wofür ich mir gestern eine Cam gekauft hab, die komplett scheiße ist, da die nicht das kann, was ich brauch. Wow. Über Nacht hab ich mir jetzt Dinosauros Warriors 8 geholt, Extreme Legends und hab's dann gerade angetestet. Es ist 11.25 Uhr morgens und hab gemerkt, dass der Tour ist scheiße. Also, was macht er? Da war's halt, da war's, Viertelvolle, 11 war's da. Was macht er? Jacke an, Hose an, Schuhe an, Geldbeutel einpacken und los in Saturn fahren. Hat er auch direkt gemacht. Wir machen das tun. Äh, okay. Üben Sie in einer Übungssch shapes der Reiche den Umgang mit der Steuerung? Ja. Machen wir mal dazu toll. Für... Mein Lieblingsreich ist ja ohne, ohne Scheiß sehr schul. Das ist mein Lieblingsreich. Aber er ist mein... Wir haben uns hier. Unsere destination ist die Oberfläche der Oberfläche. Das ist nicht der Ort für mich. Willkommen in den Training. Es ist wichtig, dass Sie stärker werden, um die vielen Kriegen zu kommen. Ich werde nun in der Art der Kriege instructieren. Follow meine Instruktionen, und mit jedem Objektiv zu gehen. Man braucht Kraft, um sich zu verstehen. Okay. Okay. Möge die Übung beginnen. Ich werde Ihre basierenden Bewegungen testen. Nur so, wie ich sage. Das werde ich tun. Ich bin von Ihren Fähigkeiten empfunden. Du Arsch. Aufgabe erfüllt. Danke. Mach! Geh! Ja! Oh, ja. Welche Tastis? Was ist das? Das war die falsche Taste Ich nehme mal die falsche Taste Ich weiß nicht, was ich gerade gedrückt habe, ohne Scheiß Wenn ich... Ich weiß nicht, was ich gerade gedrückt habe Ich habe alle Tasten einfach gedrückt Nein! Scheiße! Die Gefäße? Alles klar Gesundheit aufgefüllt Gesundheit aufgefüllt, was war's? Kannst du auch noch was anderes sagen? Rufen Sie das Pferd herbei Pferd! Oh Geil! Ey! Pferd! Pferd! Ey! Okay, gehen wir ein bisschen weiter weg Pferd! Pferd! Und aufsitzen! Und aufsitzen! Was sollte ich jetzt genau machen? Soll ich jetzt irgendwie weiter weg oder so? Ich habe das Pferd hier einmal gerufen Man muss das Pferd aber zweimal rufen Man muss das Pferd aber zweimal rufen Ah! Da kriege ich ihn einfach draufhauen Boah! Boah! Geil! Ja, das hast du mir schon mal gesagt Führen sie einen Sprung angefaust! Huah! 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 Ja! Huah! Ja, du Maschine! Ist klar! Führen Sie zwei verschiedene Starken Angriff aus! Reicht das? Haha! Boah! Zwei Schwerter ey! Richtig geil für mich sein! Führen Sie einen Wechsel Angriff aus! Drücken Sie! Ah! Oh! Jetzt hat er nur einen Schwert! Geile Sache! Ich finde zwei Schwerter aber geiler! Mann! Ich weiß, dass du von meinen Fähigkeiten beeindruckt bist Bruder! Führen Sie drei verschiedene Musu Angriff aus! Ähm! Jo! Bam! 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 Wir wollen ja nicht unfair sein, sondern probieren das mit dem Schwerter auch mal! Okay, es geht nur mit der Hauptwaffe an! Alles klar! Was ist denn los? Du stehst in der Weg von Frieden! Oh Gott! Und jetzt, äh... Meine Zeit ist jetzt! Ah! Ach! Falsch! Waffe wechseln! Ey, nein! Warte! Warte! Wном. ór Sneigt вариант! Warte! Meine Zeit ist jetzt! S Jade! Für meine aspirations we're gonna fight you to defend! Äh! Sunt! Ja! Kein Problem. Nur wir beide? Die Störung für den Ex-Angriff ist hier im Offizie... Oh, da sind sie. Boah, hier sieht aber ganz schön viel aus. Finde ich. So, komm. Ich hab mir schon immer gewünscht, dass ein Dinosauros für den PC rauskommt. Kommt. Ich hab das ja für die PSP Dinosauros 4 oder so. Immer die Flagge darunter. Immer die Flagge darunter, hab ich gesagt. Fühlen Sie einen Ex-Angriff. Offizier-Info-Move-Liste. Offizier... Äh... Äh... Das ist ein Schlachtloch. Das ist ein Schlachtloch, aber wo ist denn die Offiziersliste? Das ist ein Schlachtloch. Mein Zeit ist jetzt! Ja, aber ich würde sagen, das reicht. Ich mache mal die Falsche. Gut, da waren nämlich meine steuerischen Kenntnisse für den Controller zu Ende. So, als erstes gibt es das Tutorial. Na? Ich werde jetzt mir einen Timer stellen und werde anfangen, dieses Spiel extrem aufzunehmen. Dafür muss ich aber erst mal den Timer finden, den ich unter der Uhr finde. Wo der Wecker ist, Timerreiser. Nee, da ist die Stoppuhr. Hörst du, LuFu! Die Sicherheit der Han-Imperialen-Kurse ist vor allem über alles! Wo sind die... Okay, vorsichtig! Es geht dann gleich im Anschluss weiter. Wir sehen uns, H3! 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 H3!